Oh, Basti ruft an! Hallo? Ich muss den Schuhen sehr gut aufpassen. Hallo? Ist mein Mikro gut? Ja, also... Also, muss ich leiser machen? Dicker anderer Mensch... Ich hab's doch gesagt! Hi, du bist ein... Also du klingst anders, du klingst nicht wie Hugo. Ja, warum nicht? Ja, du klingst irgendwie nicht so nasal wie sonst auch. Ja, du klingst so, als hättest du dir mal die Nase... Rede mal, rede mal. Hallo, mein Name ist Hugo. Das ist nicht Hugo. Wer bist du? Das ist nicht Hugo. Hä? Kling ich so anders? Naja, es sollte schon gehen. Es passt schon, I guess. Hugo, du musst mir mein ganzes... Ich hab noch eine Frage, die nur er beantworten kann. Ich hab noch eine Frage, die nur er beantworten kann.